Hallo und Willkommen bei Up2Tax. Mein Name ist Lukas Bernwieser und Thema heute ist die Frage, ob aufgrund einer Sonderbestimmung im Doppelbesteuerungsabkommen Österreich-Schweiz es möglich ist, dass man Steuern spart, dass man hier final stille Reserven entstrickt und nicht besteuern muss. Bevor wir uns dieser Frage aber nähern, eine Bitte für all jene, die erstmals zugeschaltet sind oder für all jene, die schon mal hier waren, aber es verabsehmt haben, den Kanal zu abonnieren, bitte seid so gut, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch keine Beiträge verpasst, die wir hier im Up2Tax-Format wöchentlich bringen. Und wenn Beiträge dabei sind, die euch ganz besonders gut gefallen, bitte nicht zurückhalten, bitte liken, kommentieren, das wäre eine ganz tolle Sache für uns. Und nach diesem kurzen Intro würde ich sagen, gehen wir zurück zum eigentlichen Thema, nämlich zum Thema Wegzugsbesteuerung, beziehungsweise der Frage, kann ich hier Steuern sparen, wenn ich in die Schweiz ziehe als Österreicher und nach ein paar Jahren wieder zurückkomme. Was ist die Ausgangssituation? Die Ausgangssituation ist jene, wenn ich eine natürliche Person bin, die in Österreich ansässig ist und Kapitalanteile habe an einer österreichischen Kapitalgesellschaft und ich ziehe ins Ausland, dann ist damit in der Regel die Beschränkung des österreichischen Besteuerungsrechts verbunden und es gibt eine Wegzugsbesteuerung von 27,5%. Der umgekehrte Fall, wenn ich vom Ausland nach Österreich wieder zuziehe, dann hat das in der Regel zufolge, dass hier der gemeine Wert anzusetzen ist für den Kapitalanteil. Warum? Weil man einfach sicherstellen will, dass hier keine stillen Reserven besteuert werden, die nicht in Österreich erwirtschaftet wurden. Wenn ich diesen Wegzug und Zuzug im Verhältnis zu einem EU-Land oder EWR-Land habe, dann gilt eine Sonderbestimmung oder quasi, dann kann ich hier etwas Abweichendes beantragen, nämlich ich kann beim Wegzug beantragen, dass ich nicht schon anlässlich des Wegzugs besteuert werde, sondern erst zu einem Zeitpunkt, wo ich den Anteil auch echt verkaufe. Also das sogenannte Nicht-Festsetzungskonzept ist das. Und umgekehrt, wenn ich aus einem EU-Land zuziehe und ich habe diesen Besteuerungsaufschub beim Wegzug beantragt, dann soll es beim Zuzug keinen Ansatz des gemeinen Wertes geben, sondern man soll hier die ursprünglichen Anschaffungskosten ansetzen, weil es hat ja schließlich auch beim Wegzug keine Besteuerung gegeben. Und sollten dann stille Reserven nachweislich nicht in Österreich erwirtschaftet worden sein, dann sollen genau diese stillen Reserven nicht in Österreich besteuert werden. So, das ist die allgemeine Ausgangssituation und die Frage, die wir jetzt haben, ist, wie ist das im Verhältnis Österreich-Schweiz? Und da gibt es eine Sonderbestimmung im Doppelbestauungsabkommen und ich würde sagen, schauen wir uns diese Sonderbestimmung einfach am Fall direkt an. Was haben wir für eine Ausgangssituation? Wenn man natürliche Person, die an einer österreichischen Kapitalgesellschaft beteiligt ist mit 33,33 Prozent und diese natürliche Person zieht in die Schweiz. Was bedeutet das? Also die natürliche Person zieht in die Schweiz, sie ist aber nach wie vor beschränkt steuerpflichtig mit den Kapitalanteilen. Aber ich habe hier noch das Doppelbestauungsabkommen mitzudenken. Und nach dem Doppelbestauungsabkommen Österreich-Schweiz ist nach Artikel 13 Absatz 3 das Besteuerungsrecht bei der Schweiz. Das heißt grundsätzlich habe ich hier eine Einschränkung des österreichischen Besteuerungsrechts und Wegzugsbesteuerung. Aber im 13 Absatz 4 des DPAs gibt es eine Sondervorschrift. Und die sieht vor, dass es wegzugsbedingt keine Besteuerung geben soll, also ein Verbot der Wegzugsbesteuerung, wenn man so will. Und die Grundregel, das sind für sich stille Reserven, die beim Wegzug bestehen, dass die im Wegzugstaat hängig sein sollen. Wie regelt man das steuerlich oder wie löst man das steuerlich? Wir haben eine beschränkte Steuerpflicht in Österreich und kein DPA, das uns das Besteuerungsrecht einschränkt. Das heißt, bei Wegzug gibt es an und für sich jetzt keine Wegzugsbesteuerung. So, und die Frage ist, wie gehe ich damit um, wenn diese natürliche Person drei Jahre später wieder nach Österreich zurückkommt? Dann hätte ich nach den Grundregeln ja grundsätzlich einen Staat, der kein EU-EWR-Staat ist, und den Ansatz des gemeinen Wertes zufolge. Das bedeutet, bei Wegzug habe ich keine Wegzugsbesteuerung gehabt und bei Zuzug setze ich den gemeinen Wert an. Das würde bedeuten, ich habe die stillen Reserven, die da waren, finalen strikt und musste nicht besteuern. Wäre ein schönes Ergebnis, aber die Frage ist, wie sieht das die Finanzverwaltung? Und da hat es ein aktuelles ERS gegeben. Und die Finanzverwaltung sagt, naja, das ist kein echter Zuzugsfall. Ich habe mir beim Wegzug ja quasi die stillen Reserven gemerkt und ich habe eine ähnliche Situation, wie ich sie hatte, im Fall Wegzug in ein EU-Land, EWR-Land und Nicht-Festsetzungskonzept. Und deswegen soll analog hier die gleiche Lösung zur Anwendung kommen. Also es wäre nur sachgerecht, dass hier beim Zuzug die Anschaffungskosten, die ursprünglichen, angesetzt werden und ich daher quasi hier die stillen Reserven nicht entstricke. Man hat hier aber eine Besonderheit. Die Besonderheit ist nämlich je nicht, dass man sagt, naja, die stillen Reserven, die hier im Ausland entstehen, also bei der EU-EWR-Regelung, habe ich ja grundsätzlich stillen Reserven, die nachweislich nicht in Österreich entstanden sind, die sollen in Österreich auch nicht besteuert werden. Das soll hier nicht gelten. Warum? Man muss hier mitdenken, die Schweiz hat keine Wegzugsbesteuerung für eine Verlegung des Wohnsitzes von natürlichen Personen ins Ausland. Bedeutet, wenn ich hier ganz einfach analog die EU-EWR-Regelung anwenden würde, dann hätte ich zwar die stillen Reserven, die in Österreich entstanden sind, die werden sichergestellt nach wie vor, aber nicht die, die in der Schweiz hier angefallen oder erwirtschaftet wurden. Deshalb hier diese Lösung nach Ansicht der Finanzverordnung daher kein steueroptimaler Fall möglich. Was kann man sich für die Praxis mitnehmen? Für die Praxis kann man sich mitnehmen, dass man, obwohl wir im Verhältnis Österreich-Schweiz sind, einen ähnlichen Besteuerungsaufschub haben wie das Nicht-Festsetzungskonzept, was wir im EU-EWR-Kontext kennen. Auch wenn die Sondervorschrift im DBA und auch der Gesetzesweg hier einen kleinen Schlupf, ein kleines Schlupfloch erblicken lassen, ist es leider nicht möglich hier, oder ist es nicht möglich, stille Reserven final zu entstricken. Das heißt, hier die Absage laut Ansicht der Finanzverwaltung ist das nicht möglich. Was kann man sich noch mitnehmen? Dieses Szenario hier gilt echt nur für den Wegzugsfall. Im EU-EWR-Kontext hat man dieses Nicht-Festsetzungskonzept auch, wenn man Anteile unentgeltlich zuwendet an eine Person, die im EU-Land, im EWR-Land sitzt. Das ist hier nicht der Fall. Hier gilt diese Sondervorschrift echt nur für einen Wegzugsfall und echt nur für den direkten Wegzug Österreich-Schweiz und wieder zurück, wenn man hier mehrere Wegzugsszenarien hintereinander schaltet, um hier vielleicht dann doch eine finale Entstrickung zu erreichen. Dem hat die Finanz eine Absage erteilt in einem anderen ERS. Und ja, man sieht ganz schön, komplizierte Situation. Auf den ersten Blick hier vielleicht eine Entstrickung möglich, auf den Seitenblick vermutlich oder vermeintlich nicht. Und damit Sie hier nicht in eine Falle tappen und hier nicht unerlaubter Weise keine Besteuerung vornehmen und an alles denken, woran zu denken ist, können Sie ganz einfach mit uns oder könnt ihr ganz einfach mit uns Kontakt aufnehmen. Wir reden wirklich gerne über Konzernsteuerrecht, sind für euch da, egal ob per E-Mail, persönlich oder per Telefon. Und sollten wir uns nicht hören, macht das auch nichts, dann sehen wir uns ganz einfach beim nächsten Mal bei Up to 6. Vielen Dank. Neben der heutigen Folge haben wir noch eine Reihe weiterer interessanter Folgen, zum Beispiel unsere letzte Folge zum Thema Was kann ich machen, wenn wir eine Umgründung verunglückt und ich eine Gruppe zustande bringen möchte. Diese Folge findet ihr links und unsere nächste Folge findet ihr rechts.